Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Heute sind wir wieder auf dem Kasten-Server unterwegs. Mit dabei ist heute saftiges Gnu. Guten Tag. Hallo. Und wir haben heute eine Menge, Menge Spieler bei uns, um genau zu sein. Hoffentlich an die 100. Und das sieht ganz gut aus, denn Gnus Community, die Ehren-Community schlechthin ist, wieder mit dabei, Leute. Wir werden heute Folgendes machen. Wir bauen einen kleinen Hindernis-Parcours und dann spielen 100 Leute gegen das neue Fortnite-Geschütz. Wir werden auf jeden Fall gemeinsam in Dusty-Divou landen, Leute. Ihr baut bitte alle Bäume ab und bringt alle Materialien am besten schnell zu Gnu, mir und dem Mod, damit wir quasi für euch die Rennstrecke bauen können. Und dann brauchen wir noch das Geschütz. Ich denke mal, das kriegen wir auch relativ schnell hin. Ihr seht, Leute, alle sind hier Nose-Skins. Alle haben sich auf jeden Fall an den Kodest gehalten. Kurz für die Regeln für alle Gnus, beziehungsweise alle aus Gnus Community. Ihr dürft keine Waffen aufnehmen. Bitte farmt nur Materialien ab. Wer andere Leute tötet, wird wieder reporten und kriegt eine Menge, Menge Ärger. Und das wollen wir natürlich nicht. Landet alle gemeinsam in Dusty-Divou und dann bauen wir den Parcours. Und ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn einer von euch ein Geschütz finden sollte, eines dieser goldenen Aufstellgeschütze, bitte sagt mir sofort Bescheid oder bringt die am besten zu Gnu oder mir oder dem Mod. Ihr erkennt uns ganz einfach daran, Leute, dass wir Militär-Skins anhaben. Ich bin der Kerl mit dem Munitionsgürtel. Und Gnu hat auch eine Militär-Skin und der Mod hat auch einen an. Also ich denke mal, das sollte soweit passen. So, ich fange jetzt schon mal... Genau. Du holst alles ab und legst es mir vor die Füße und da könnt ihr dann abbauen. Genau, genau. Ich fange schon mal an quasi, den Parcours soweit zu bauen. Also wenn ihr könnt, bringt mir ruhig schon mal Material rum. Dann kann ich euch schon mal sagen, wo wir das hinmachen. Wenn ihr schon mal was habt, gerne her damit. Alles Material, was da ist, nehme ich gerne. Kannst du mir schon mal was geben, wenn du hier neben mir gerade stehst. Guck mal, du baust hier gerade die Laterne ab, wenn du was hast. Danke dir. Ja, Ehre. Sehr schön. Bringt mir gerne am besten schon was rum. Oh, da kommen jetzt nur die ersten gesteppt. So. Oh, süß. Oh, das ist nett. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Oh, wie schnell das abgeholzt wird. Komplett Dusted-Devot ist direkt weg, ne? Oh, tut mir leid, tut mir leid. Ich guck mal, es ist weg. Ach, danke schön. Oh, danke, 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 danke. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, cool. Dann können wir es ja direkt da unten machen. Die Fläche ist ja leer jetzt. Ja, richtig. Genau. Wir gehen nämlich alle mal nach Dusted-Devot rein. Am besten findet irgendwer noch so ein Geschütz. Es hat jemand von euch ein Geschütz zufällig. Also, das wäre eigentlich am besten. Das wäre super. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Aua, nicht hauen. Nicht hauen, bitte. Komplett Dusted-Devot einfach leer. Kann ich den Ballon vielleicht haben, Knullis? Dann könnt ihr mich besser erkennen. Okay. Das ist auf jeden Fall krass hier vorne. Das ist auf jeden Fall richtig krass. So, passt mal auf. Lasst jetzt mal hier einmal eine gerade Bodenfläche machen am besten. Alle mal mithelfen, dass wir quasi einmal alles auf eine Fläche bringen, ganz schnell. Ihr seht das hier, so. Ich bin kurz nach Tilted ungefähr ein Geschütz suchen. Ja, das ist super. Kriege ich deinen Ballon, du dann? Oh, sehr schön, wie ihr das macht, Leute. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich will deinen Ballon haben. So, dann erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das Ganze hier aussehen soll. Oh, wie cool das aussieht, ey. Es ist echt geil, dass ihr alle so mitarbeitet. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Richtig, richtig gute Community einfach, ehrlich. Ich hättest du nicht gedacht. Ja, also, dass das so gut funktioniert, nicht. Habt ihr noch Mats für mich? Nicht schießen, nicht schießen. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Wer auch immer mich gerade angeschossen hat. Hat jemand Heilung? Hat jemand Heilung? Bitte zum Luftballon bringen. Hat jemand Healing für mich? Irgendeiner von euch? Heilung zum Luftballon bringen. Schaut mal hier. Baut mal jetzt einfach mal hier diese Wand bitte genau geradeaus einmal weiter durch, wenn ihr das könnt. Einmal die Wand weiter bauen. Genau, baut mal weiter. Einfach genau in die Richtung weiter bauen. Ich bin quasi da, wo die Wand gerade entsteht. Und einmal diese Wand auch einmal bitte weiter bauen, wenn ihr könnt. Einmal in die andere Richtung die Wand bauen. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Ich bin gleich tot. Oh, da war ein Schildi. Kann ich das Schildi vielleicht haben? Dankeschön. Keine Waffen aufnehmen. Mann, ey, das... Okay, also wieder in das, die dir wohl landen. Einmal den kompletten Boden auf eine Höhe machen, so wie wir das eben hatten. Das haben wir ja schon ganz gut hinbekommen. Oh, das hat euch jetzt schwer gefallen, das nicht nehmen, gell? Eine Goldenska. Haben sie liegen lassen? Ja. Ehre. Bist du in diesem kaputten Haus, wo der Baum drin ist? Ja, ich habe auch tatsächlich ein Schild und Medikitt diesmal für dich. Mal gucken, ob wir irgendwo noch ein Geschütz hier bekommen. Oh, dankeschön. Sehr geil. Okay, cool. Wir haben alles. Können wir die schon bauen? Mhm. So, schaut mal hier. Einmal hier, das hier einmal bitte weiter bauen. Einmal diese Wand hier in die Richtung. Einmal diese Wand bitte auch in beide Richtungen bis zum Ende durchziehen. Wir haben es hier jetzt übrigens 100, gell? Mehr als vorhin. Ja, das stimmt. Und keiner hat bis jetzt noch Schachtel gebaut. Das ist sehr gut. Ja. Sehr schön. Das sieht sehr gut aus, Leute. Okay. Jetzt gehen mal bitte alle Leute, alle Leute gehen mal nach ganz, nach N. Nach ganz hinten, Richtung N, Richtung N. Vom Auto bitte runter zuziehen. Wir schießen jetzt alle vom Auto runter. Ja, sehr gut. 16 AP habe ich halt noch. Alle Richtung N bitte. Alle Richtung, alle Leute laufen jetzt einmal bitte Richtung N. Keiner ist mehr hier vorne. Keiner ist mehr hier vorne, genau. Können wir noch schnell, ah, habt ihr noch Mats, ihr zwei? Habt ihr noch Materialien für mich? Bitte droppt die mir mal. Ah, danke schön. Sehr gut, okay. Alle rüber nach N, alle rüber nach N. Wenn ihr noch vorne noch Mats habt, gerne her mal mit. Alle mal eine Linie, sehr gut, das kennt ihr ja vom letzten Mal. Sehr schön, alle eine Linie hier. Okay. Alle nach, alle vorne nach N. Alle vorne nach N. Vielen Dank für das Geschütz. Alle eine Linie, bitte. Dankeschön für die Mats. Okay. Oh, dankeschön. Revi, brauchst du Heilung, ich hab hier. Nee, alles gut. Ich baue jetzt hier mal ein paar kleine Hindernisse hin. Trotzdem alle mal bitte weiter nach N. Bitte auch mal in die Linie. Dankeschön, ihr braucht nichts mehr droppen. Dankeschön, wir haben gesündigt. Magst du mir mal helfen, einfach so ein paar Hindernisse hier hinzusetzen? Wenn du Material für mich nicht hast, ja. Hast du noch Mats hier? Sehr schön. Du liest mal alle hinten in die Linie. Ah, hier vorne, hier liegt noch was. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön, stell dich mal alle hier hin. Alle mal einen rein, genau, sehr schön. Dankeschön für das Ding. Auch du, DJ, alle in eine Reihe. Okay, genau. Perfekt, Gnulis. Ich bin echt begeistert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bitte von dem Auto runtergehen. Sehr schön. So, wir bauen jetzt diesen kleinen Hindernis-Parcours, Leute. Und ich erkläre euch das ganz kurz. Alle bleiben in der Reihe, Leute. Danke. Einmal rüber, bitte. Einmal bitte rübergehen. Einmal bitte rüber. So, sorry, Latif, aber der hat alle anderen tothacken wollen. Okay, alle in eine Reihe, bitte. So. Dankeschön. Ihr kriegt alle ein Däumchen und jetzt geht ihr bitte alle in die Reihe. Wer mich hackt, wird getötet. Bitte Waffen fallen lassen. Jeder, der eine Waffe hat, droppt jetzt. Ich glaube, das reicht sogar schon an Hindernissen. Also, Leute, ich baue jetzt hier vorne quasi eine letzte Wand. Das ist eine Holzwand. Und wer es schafft, durch diese Holzwand zu laufen. Warte mal, guck mal hier. Danke. Lass uns das doch direkt so machen. Kannst du genau solche Dinger hier bauen? Schau mal, siehst du das? Kann ich machen, ja. Also, die Arena ist soweit ready. So, bildet alle eine Reihe. Dankeschön. Ihr seht hier vorne quasi einmal die Tore, durch die ihr durchlaufen müsst. Gnu, bist du schon oben? Bist du bereit? Wir werden mehrere Runden spielen. Wir werden mehrere Runden spielen. Und ihr dürft, auf mein Zeichen lauft ihr alle los. Ihr bringt keinen anderen um. Ihr baut keine Treppen. Ihr baut selber bitte nichts, außer Gnu und dem Mod darf keiner bauen. Und versucht unter mir in das Ding reinzukommen. Aber macht bitte nichts kaputt, okay? Okay, dann würde ich sagen, ihr könnt alle loslaufen. Und wer überlebt hat, Glück gehabt. Und danach spielen wir dann noch eine Runde. Mal schauen, wie viele Leute ich jetzt... Okay, wir laufen. Mal schauen, wie viele Leute ich finde. Und los, let's go. Oh Gott, das aussieht. Oh nein. Los, du, ich laufe. Das ist voll pervers. Das ist pervers. Das macht ja auch übel Spaß, gell? Nur Puli's laufe. Nicht schießen, nicht schießen. Da schießt einer. Der schießt, der direkt getötet. Oh nein. Oh nein. Ich würde mich nicht nehmen. Das ist einfach so... Oh nein. Sie kommen durch. Sie kommen durch. Oh, das haben gar nicht so viele geschafft, gell? Okay. Jetzt alle nochmal zurück auf die andere Seite und dann machen wir noch einen Durchgang. Und nicht hier hochkommen, nicht hier hochkommen. Und dann machen wir noch einen Durchgang. Diesmal mache ich ein paar Hindernisse weg. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Nicht bauen, bitte. Nicht bauen. Keiner von euch baut. Boah, ich habe nur acht Leute getroffen. Oder warte mal. Der Grupp ist voll viele. Du musst leider mal einmal hier weg, Kollege, sonst... Ich würde sagen, am besten machen wir jetzt mal den Gang ein bisschen kleiner. Hast du noch Matza und einen Mod? Ja, ne? Okay, liebe Gnus. Lasst uns mal zusammen den Gang sehr viel enger jetzt machen. Alle mal den Gang ganz, ganz eng machen. Also die Seiten, die Wände ein bisschen enger zusammenbringen. Damit es noch schwieriger für euch wird. Und wer zuletzt steht, der ist der Champion heute, okay? Ihr seht schon mal auf der einen Seite, wie das enger wird. Als gleiche auf der anderen Seite bitte auch nochmal machen. Okay. Das ist echt krass. Das ist wirklich heftig. Oh, voll arm, gell? Okay. Ihr seht jetzt den neuen engen Gang. Jetzt müsst ihr einmal da durchlaufen. Das wird auf jeden Fall schwierig. Aber ich glaube, ihr schafft das. Luis, ich gebe euch einen Daumen nach oben. Ihr schafft das. Ihr seht den Gang in der Mitte. Wir müssen es echt beeilen. Okay, ich würde sagen, ihr seht den engen Gang. Ihr könnt das ja, glaube ich, erkennen, oder? Bleibt innerhalb der neuen zwei Mauern, bitte. Und es geht los auf drei, zwei, eins, go. Wer es nämlich nicht macht, wird in den anderen drei äußeren Gebäuden getötet. Deswegen geht es nur in die mittleren. Nur in das mittlere bitte rein. Lauft's. Oh, es ist schon ab. Es hat echt noch so einen perversen Putsch, muss ich sagen. Äh, die Gnus, die haben wir hier gehoffen. Deswegen versucht es irgendwie rüber zu kommen. So besetzt es dir. Laufst du, wie es läuft. Nein, es sind immer mehr. Nulli, die, die an den Seiten laufen, werden leider getötet. Bitte. Oh nein, die Gnus. Oh, das ist so traurig. Nein. Lulli, nein, die Zone kommt. Okay, alle nochmal ganz schnell zurücklaufen, zurücklaufen, alle zurücklaufen. Und wer jetzt überlebt, der hat richtig Glück gehabt. Los, Lullis. Oh, das ist voll perverses Mars. Du schreit. Oh, meine Arme, die Gnusik. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Menge Leute, die überlebt haben hier. Jetzt muss ich aber auch langsam laufen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Hat jemand zufällig ein Auto, will mich jemand retten kommen, hallo? Los, rettet ihn, Lullis. Rettet mich, da oben läuft jemand zu den Quad hin. Standard Skin, bitte lass mich mitfahren. Einer von euch muss sterben, es tut mir leid. Ich habe beide umgebracht, ich assi. Es tut mir leid. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich habe selber nur 30 AP. 11 AP. 9 AP. 3 AP. Nein. Okay, Leute. Das waren auf jeden Fall 100 Leute versus dem Fortnite geschützt. 34 Menschen haben das hier tapfererweise überlebt. GG auf jeden Fall an euch. Ich würde sagen, das war es von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, schuhu. Bis zum nächsten Mal.